meiner familie und mir geht es ganz gut und dafür sind wir ziemlich dankbar mein mann und ich wir haben corona sichere jobs wir haben ein gutes netzwerk und wir haben gute örtliche bedingungen für so eine krise wir wohnen in einem kleinen haus mit einem kleinen garten in der nähe vom teutelburger wald wir können uns mit unseren arbeitszeiten derzeit weitestgehend abwechseln ich kann einiges von zu hause aus arbeiten und dadurch kann ich viel zeit mit den kindern im wald verbringen jetzt wo das wetter so schön ist klar ist es ungewohnt und anders wäre es deutlich schöner aber ich sehe die vielen familien denen es deutlich schlechter geht als uns ich denke an andere familien wo es große finanzielle sorgen in diesen tagen gibt ehe krisen räumlich ganz schwierige gegebenheiten wenn es wie jetzt nur wenige möglichkeiten gibt raus zu gehen und vieles mehr ich sehe aber auch was unsere kinder und viele andere kinder mit deutlich schlechteren rahmenbedingungen in diesen tagen gerade leisten und das ist eine ganze menge und sollte uns erwachsenen meiner meinung nach in all unseren sorgen und in unserem stress innehalten lassen erst einmal sind unsere kinder ja emotional von uns eltern abhängig besonders wenn die kinder noch klein sind uns erwachsenen ist es ja bereits kaum möglich zwischen fake news panikmache und gefährlicher verharmlosung zu unterscheiden und dabei auch noch einen kühlen kopf zu bewahren unsere kinder können das natürlich alles noch deutlich weniger leben wir als eltern in angst und sorgen übernehmen unsere kinder diese emotionen und darüber hinaus müssen unsere kinder in diesen tagen mächtig viel frust einstecken ihre tagesstruktur und damit eine sicherheit bricht weg völlig ungewiss wann sich alles wieder normalisieren wird die vertrauten freunde lehrer erzieher plötzlich alles ohne vorbereitung nicht mehr greifbar der sportverein der jugendkreis direkte kontakte zur ersten großen liebe alles auf unbestimmte zeit nicht mehr möglich wie bisher ausflüge und der urlaub auf den sich unsere kinder vielleicht so sehr gefreut haben alles abgesagt und viele von unseren kindern müssen damit zurechtkommen dass sie eine gefahr für ihre großeltern sein können kommen dann auch noch massive langeweile eine beengte wohnsituation streit und stress in der familie hinzu kann das für unsere kinder gerade echt schwierig und auch traumatisierend werden umso mehr aber geht mir das herz auf wenn ich von vielen familien höre wie sie gerade in besonderer weise zusammen wachsen gemeinsam neues entdecken und einen positiven umgang mit dieser schwierigen situation finden unabhängig von den äußeren rahmbedinnungen ich habe meine großeltern früher gefragt wie sie die zeit des zweiten weltkrieges als kinder erlebt haben das war halt das haupt thema zu der zeit wo meine großeltern kinder waren die kinder meiner kinder werden später vermutlich fragen wie sie die zeit von dem corona virus erlebt haben und es liegt auch an uns heutigen eltern wie diese krise unsere kinder in ihrem leben prägen wird ich wünsche unseren kindern dass sie ihren kindern später davon erzählen können wie ungewöhnlich und wie schwierig diese zeit für uns alle war aber wie sehr sie auch vielleicht gelernt haben mit schwierigen situationen mit herausforderungen umzugehen und wie sie solidarität und gemeinschaft auf ganz großer distanz eigentlich erlebt haben ich wünsche unseren kindern dass sie diese krise trotz allem als eine wertvolle erfahrung in ihrem lebenslauf sehen können wie sie stark gemacht hat vielleicht als eine zeit in der die eltern mehr oder ganz anders zeit für ihre kinder hatten ich glaube nicht dass wir unsere kinder von all unseren sorgen in diesen tagen fernhalten müssen wahrscheinlich können wir das sowieso gar nicht aber für unsere kinder ist es wichtig dass sie eltern haben die ihren sicherheit und geborgenheit vermitteln gerade jetzt trotz mancher ungewissheit und dafür kann es hilfreich sein dass unsere kinder nicht alle panik machenden nachrichten und gespräche von uns mitbekommen dafür ist es hilfreich wenn wir auch in einem corona alltag eine tages- und eine wochenstruktur als familie haben mit regeln mit aufgaben mit ritualen und zielen und zu jeder zeit aber speziell in krisenzeiten fragen kinder und auch erwachsene nach einer höheren macht nach einem tieferen sinn nach jemand der die kontrolle hat wenn ich sie als kleiner mensch über mein leben verliere mein mann und ich wir glauben an einen allmächtigen gott der es gut mit uns meint und der durch sein sohn jesus christus auch die finstersten ecken dieser welt bereits besiegt hat wir geben diesen glauben an unsere kinder weiter unser glaube macht es uns wahrscheinlich in vielerlei hinsicht entspannter mit krisen und mit unsicherheiten umzugehen ich wünsche meinen und anderen kindern ebenso wie auch erwachsenen dass sie dieser glauben trägt im leben auch durch krisenzeiten das kommt natürlich sehr auf die jeweiligen möglichkeiten und rahmenbedingungen des einzelnen an und perfekt kann und muss das leben vermutlich in so einer krise auch gar nicht sein aber für einzelne praktische impulse habe ich mich bei mehreren eltern in den letzten tagen mal umgehört wie die ihre kinder und sich bei laune halten und daraus haben wir eine liste erstellt mit ideen wie man seine kinder und auch damit sich selbst irgendwie ganz gut durch diese krisenzeit bekommen kann einiges davon haben wir als familie in den letzten tagen bereits ausprobiert waldabenteuer kindergottesdienst vor dem fernseher biblische geschichten hören wo die menschen in der bibel auch angst hatten hilfsaktion für andere mitgestalten und vieles mehr schauen sie mal rein in diese liste ob da auch für ihre familie für ihre freunde etwas dabei ist teilen sie die liste und ergänzen sie wenn ihnen dann noch ideen darauf fehlen unten auf der homepage sehen sie jetzt die adresse wo sie diese liste anschauen und herunterladen können alles gute für sie und ihre familie und seien sie behütet